Sooo, jetzt baut er noch ne Stone Und bestigen Expo, freu mich Komisch, ey, hab ich da... War schon Schon wieder einfach reingekommen bei ihm Na, ich will das mit mir an gotzen Mich auch Nervig Nervig gerade Toh, jetzt muss ich alle per Hand hier abbauen, aber was Ich will sagen Ich will sagen Quartz Centus Quartz, oder wie immer man sagt, Centus Quartz Centus Quartz, sicherlich Nehme ich auf Der Harvester kann da bleiben, nur der Plenta nicht Der Plenta darf das hier nicht machen So, dann machen wir noch ein paar Kabel Zack Dann muss ich wieder ME Interface Centus Quartz Centus Quartz Centus Centus Centutsch Ich will mich auch Black Ich will mich auch Black Basic Ne, nicht mit ihr Das ist bestimmt über Wasser eingelaufen, jawoll Das ist das, das, das Das ist das Das ist das Das ist das allgemein zu funktionieren noch gleich zwei stück ja kein glas mehr cool kommt der plant erst mal weg hallo regen ein bisschen was dann das nicht irgendwas stimmt nicht und da wieder immer noch immer noch am arbeit die ganze zeit haben noch nicht mehr die hälfte geschafft nein nur noch das dann was vor dann war ja das ist aber lahm centus deswegen muss ich mich mal so langsam dann war ansetzen und den anzubauen den extrektor den extrektor oh man tu mal upgrade 1 rein hier glaub das würde ich dann auch eine speedaufnahme machen und die dann speedcraft nennen warum kannst du das so in der aufnahme köften das geht doch noch ja klar machen wir eben noch schnell oh du wolltest schon wie lange das dauert ne warum warum lange schon wie lange dauert ach kann nicht so lange dauern so das ding hab ich das ist halbe stunden und fertig pisten und pisten in holz ja da na komm machen wir es dann so und natürlich kein kabel mehr kein kabel mehr ist klar wenn er eine halbe mille hat ne kein kabel in den in den inventar ja mein lieb ja cheatest einmal und dann hast du ja zack voll bumm ja bumm voll hier wieder bumm's valera bumm's wieder roll zack 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 Herr dann piel naja komm wir sehen dass die zwei anders sind verrecken emerald, wizard, uran, ender ender centos, centos ich guck kurz was so verlass bitte alle mal so schnade ja ja ich muss nur kurz auf die dinge verhämme ender essence, ender seeds 35, 31 ender seeds so 35, 31, Doppelpunkt 9 das kann doch schon mal nicht passen export so was hast du 35, 31, 9 passt doch auch schon irgendwie nicht da ist doch irgendwie schon ein Furz hier passiert was ist das Ding da hat doch schon einer gefurzt und zack war es weg von wie es war so naja 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 das besser geht so die da oben rein da bin ich schon wieder da bin ich schon wieder da bin ich schon wieder das ist aber schön dass du wieder da bist denn du so was das Ding crossing cross cutting knife redstone silicon und gold kann ich die wohl silicon müsste ich haben ja 603 stück ist klar das kann ich nicht direkt rausnehmen muss ja einfach dass wir zum tank geht hier 25 mili buckets der rollt man schnell hier aber mehr habe ich auch nicht mehr ich habe ja immer noch selbst streamen man hat gerade gesagt das ender system ist das geilste system was es gibt das geilste lagersystem ja schmeiß alles rein und ruhe ist ja auch so man kann so gut damit lagern jetzt auch mal das funktioniert mein ding genug blut hat was ich nicht hoffe ich habe eben einsteck basic processoren gemacht und jetzt mach ich da draus 26 me basic processoren also die gehörten fertig ja hab ich auch mal gucken wie wir ender dinger kriegen aber warte mal draußen nachts hier sind noch diese dinger ritual steine ach hier ist noch das gelänge seine shell constructor ding mhm na egal pech es ist nachts draußen weißt du ach so ich brauche mal so ein multi ding hier so ein multi heißt das multi safarinet oder wie heißt das wie du willst safarinet ich will gib einfach safarinet ein safarinet 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 das fette mit dem auge ok ender pern und eine gestrene haben wir noch eine gestrene wir haben wir noch ich muss mal gucken wie das mit den seeds ist da hinten das so rumspacken dann ist okay jetzt die bis da wird schneller gar keine sense ne hier noch nicht das dauert erst ich will jetzt erstmal ein bisschen blut machen und mal gleich mich mal mit dem ding da hinstellen und mal die ender dinger aufpushen hab ich das ding jetzt hingetan bei dem green grove diens mein zitschelt auf grove haben wir das walros noch oder ist er weg das kann man da auch hinstellen wo haben wir endermänner endermänner und nacht toll das ist fast nachts alter wie übertrieben und dann sind das eine maschine darin dass das